Musik Alles aus einer Hand, das gilt im Lagerhaus auch für die Weihnachtszeit. Wer jetzt noch ein passendes und vor allem außergewöhnliches Geschenk sucht, für den steht Stöbern im Lagerhaus an. Doch wir haben bereits einige ganz besondere Packerl für Sie geschnürt. Seit einigen Jahren haben wir auch die Staubsaugroboter in unserem Programm. Nicht nur das, sondern auch Nasswischer und Staubwischer. Mit den Staubsaugrobotern, da spart man sich nicht nur Zeit, sondern man hat auch immer einen perfekten gepflegten Boden, einen gesaugten Boden. Zum Beispiel, man fährt einkaufen, man schaltet davor den Staubsauger ein und wenn man heimkommt, ist zu Hause gesaugt. Es gibt ja verschiedene Modelle, sprich wir haben da das einfachste Modell. Man braucht den Roboter nur nehmen, in den Raum einstellen, aufs Knöpfchen drucken und der Roboter fängt an zum Saugen. Das geht dann bis hin zu programmierbaren Staubsaugrobotern, sprich ich stelle genau den Zeitpunkt ein, wenn ich anfange, es wird zum Saugen. Von Montag bis Sonntag. Unsere Staubsaugroboter zeichnen sich aus. Sie haben eine relativ lange Arbeitszeit. Sie fahren teilweise bis zu eineinhalb Stunden. Sie haben zwei gegenläufige, gegenlaufende Bürsten, sprich eine Barsenbürste und eine Gummibürste. Das nimmt genauso einen Riesel auf, aber genauso einen Staub. Und gleichzeitig saugt der Staubsauger auch. Das heißt, für ganz leichte Materialien haben wir dann unseren Staubfangbehälter, der einen Vakuumdruck aufbaut. Und da ist dann der gesammelte Staub drinnen. Neben dem Staubsaugerroboter sorgen Bodenwischroboter für täglich glänzende Fußböden mit harter Oberfläche. Mit Hilfe von trockenen oder feuchten Tüchern werden Schmutz und Staub unter Kontrolle gehalten und Flecken entfernt. Aber nicht nur für den großen Heimwerkerkönig bietet das Lagerhaus eine abwechslungsreiche Auswahl an Geschenken. Auf der Chris-Kendl-Wonch-Liste steht auch Spielzeug für die Mini-Handwerker. Für die ganz Kleinen haben wir jetzt Bauklötze. Die sind ungiftig, sind bunt, da haben sie recht erfreit können. Häuser bauen, Schlösser, was immer ist, Herz begehrt. Dann haben wir natürlich für die nächste Altersgruppe so Traktoren, wo man einfach einen richtigen Anhänger dazu hat. Ob es jetzt eine Pinky-Maschine ist oder ein Holzkran, das hat man alles dabei. Von der Firma Bruder ist ein ganzes Qualitätsspielzeug. Und dann hat man für die Mädels natürlich eine Spielzeugkasse oder Puppen. Die größeren Kinder freuen sich über größere Geschenke. Da haben wir zum Beispiel die klassischen Drehtraktoren, die für das Freigelände recht gut geeignet sind. Da können sich die Kleinen austoben wie große Baumeister, wenn da das Chris-Kind nicht grün wird vor Neid. Auch mit besonderen Geschenkideen für die Frau trifft das Lagerhaus in Amstetten und Weidhofen an der Ips den richtigen Geschmack. Weil wir gerade als Geschenke sind. Das meistgenommene Geschenk bei uns ist der Lagerhausgutschein, erhältlich in allen reifesten Lagerhauses Amstetten-Filialen und dort auch einzulösen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017